Ich bin Otto Hegnauer, Schweizer vom Jahrgang 32, leicht überaltert, aber sonst kein schlechter Jahrgang. Ich weiss mich seit 30 Jahren unter heidischen Menschen so zu bewegen, dass sie mich als Bruder nehmen und wohne seit 20 Jahren bei ihnen. Seit 4 Jahren, als das schreckliche Erdbeben 316.000 von ihnen tötete, mein schönes Hab und Gut zerstörte, aber mich überleben ließ, wohne ich mit ihnen. Wir haben eine kostenlose Schule für Straßenkinder gebaut, jetzt sind es 100. Ich habe alles gespendet, was ich noch hatte, meine Altersversicherung, Bücher, die ich schreibe und mehr. Einheimische arbeiteten ein Jahr lang gratis als Lehrer und Abwart. Leser und Freunde haben erkannt, dass ich kein Lieb bin und helfen mit. Sie spenden Lehrmaterial und französische Bücher, die liegen in einem Container bereit für den Transport. Der kostet aber noch einiges. Beton ist nicht mein Stil, aber jetzt eröffne ich ein 100 Days Projekt, das noch 10.000 fehlende Franken bringen soll. Hilf bitte mit. Ganz vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.